Ich grüße euch. Heute möchte ich euch ein paar Spielmuster zeigen für die Woodpeck. Mein Eingangsmuster war folgendes. Das könnte nun variieren auf den Tönen ganz unterschiedlich. Ich habe das jetzt auf den selben Tönen gespielt, damit der klarkommt. Okay, also das ist ein Muster. Das nächste Muster ist das Dumbo-Muster. Jetzt mache ich es mal langsam. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Yes, okay. Ihr könnt auch hier die Töne variieren, wie ihr das spielen wollt. Das ist euch überlassen. Erforscht, wie gesagt, euer Instrument. Weil jedes Woodpeck ist anders gestimmt. Also nicht jedes, aber die Woodpecks gibt es in ganz unterschiedlichen Stimmeln. So, jetzt noch das ein drittes Muster. Okay, das ist auch ziemlich einfach. Das ist ein Roll-on-Muster, ja. Das ist es. Das sind drei Muster, die ihr auf der Woodpeck spielen könnt. Und sicher fallen euch auch ganz eigene Muster ein. Auf diesen Muster, die ich euch gerade eben gezeigt habe, bauen Muster auf. Auf diesen Muster könnt ihr eigene Muster aufbauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Woodpeck. Hier ist Inge Gutmann. Yes, haut rein! Inge Gutmann. Inge Gutmann. Inge Gutmann. Inge Gutmann. Inge Gutmann.